Eine kleine Übung zu orthogonalen und parallelen Graden im Koordinatensystem. Das Koordinatensystem habe ich schon vorbereitet und nun sollen die Punkte A bis F eingetragen werden. A liegt bei 2,2, das ist hier. B bei 7,5. 7 und 5, also hier. C bei 7,7, 2 da drüber. Das ist C. D bei 1,7, das ist also hier. Nein, das ist D. E bei 3,5. Und F bei 0,10, also hier auf der Achse. So, jetzt mache ich die Beschriftung nochmal schön. Das ist A, B, C, D, E und F. Gut, nun soll ich Geraden einzeichnen. Die Geraden A, B, also von A durch B, ich spitze nochmal kurz den Bleistift an. Halte hier auf dem Schnittpunkt bei B fest und lege an A an. Durch beide Punkte, ist ja eine Gerade. So, die Gerade B, C von B durch C. C, D von C nach D, das ist die hier. Und E, F. Wo ist F? Da hinten, hier ist E. Gut, die Linien habe ich gezeichnet. Nun soll ich angeben, ob etwas orthogonal oder parallel ist. Ich schaue einmal, das hier sieht schon mal orthogonal aus. Da passt ein rechter Winkel rein. Ja, wunderbar. Also hier kann ich einen rechten Winkel entdecken. Und da vermute ich auch einen. Schauen wir mal, ob das passt. Ja, sieht gut aus. Überprüfen wir nochmal. Ja, da passt das auch. So, und parallele Geraden gibt es hier gar nicht. Was sehe ich also? Ich kann sagen, dass B, C. Orthogonal steht auf C, D. Und dann habe ich hier gefunden, A, B ist orthogonal zu E, F. Ja, parallel gibt es nicht. Gut, das war es auch schon.